Hallihallo, seid ihr willkommen zu einer neuen Folge Rocket League. Heute, ein bisschen später, ich hab's prinzipiell einfach verpennt, was aufzunehmen. Aber erst begrüßt ich mal die Spaßsten, die heute dabei sind. Einmal der Daniel, der Philipp, Viper und der liebe Pascal. Moin Sehens. Hallo. Moin Moin. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie Pace heißt. Wie heißt ich jetzt? Ihr müsst gerade wissen, ich hab vor 10 Minuten noch gepennt. Also der da draußen fängt mich dann zu Tode. Genau, wieder gepennt. Es ist, sagen wir mal, 17 Uhr. Die Folge scheint jetzt, Pi mal Daumen, vielleicht 19 Uhr. Ja, ich hab's dann einfach verpennt. Aber gut, wir spielen heute den neuen Basketball-Modus, was man unschwer an unseren Flaggen erkennen kann. Es gibt jetzt auch so ein lustiges NBA-Flaggen-Paket, was man kaufen kann. Ob sich das jetzt effektiv lohnt, sei dahingestellt. Die Leute, die es kaufen, wissen, ob sie es wirklich auch brauchen. Wir machen jetzt ein privates Match, den neuen Körbe-Modus im 2 gegen 2. Keine Bots, Region Europa, nur Party. Und dann erstellen wir das Match. Wir machen hier keine speziellen Mutatoren rein. Das verändern das Spielverhalten nicht. Ihr, wie viel habt ihr den neuen Modus schon gespielt? Eine halbe Stunde. Ich hab gerade erst das Update runtergeladen. Das klingt ja schon mal gut. Ja, ich hab mich zwei Runden auf dem PC eingespielt. Wir machen jetzt mal auf Auto. Ich bin im Team Blau mit... Mit wem bin ich im Team Blau? Oh, mit Daniel. Nice. Boah, ich muss jetzt wieder in die Stellung rankommen. Was? Das Spannende ist jetzt hier, was ich geil finde, du musst halt den Ball oben ins Ding reinwerfen, dass er auch effektiv ein Tor erzielt wird. Dadurch sind Flugskills sehr von Vorteil. Bei diesem Modus. Oh, schön gerne, schön, schön, schön. Oh, na, super. Was ich auch geil finde, du kannst ja den Ball... Der kann hier bei dieser komischen Wand, kann er ja nicht durchfahren, aber du kannst halt immerhin durchfahren. Also wenn der Ball oben durchfliegt, kannst du ihn immer noch saven. Das finde ich mega nice. Wow. Das ist auch geil, Fynn, wenn du beispielsweise mit dem Reifen auf den Boden kommst, dann klingt das so wie die Turnschuhe auf diesem komischen Parkettboden. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, super. Schön. Na, falsch erwischt. Nice. Mach ich da eigentlich. Oh, komm, 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 komm. Nein. Ja. Na. Du hast dich so in reingehautes Ding. Wie man auch gesehen hat, wer war jetzt hier? Der Pace war das. Wenn man hier halt den richtigen Raketenboost zündet, kann man ihn sogar noch saven. Das muss ich mal sein, mit dem Spiel hoch. Den Spielmodus finde ich geiler umgesetzt wie Schneefrei, weil dort finde ich ein bisschen schade ist, ähm, naja. Es ist halt nicht so rutschig wie beißweise auf dem Eis, wie es sein sollte, aber gut. Oh, der Rennerch ist es lustig mal mit dem Puck zu spielen. Tade, Falkriktier verfehlt. Oh, du Arsch. Nein. Du fickst den Boost. Ich hätt rein müssen. Oh, sorry. Alter, wie knapp. Nein. Ich hab geboost. War es irgendwie voll schwierig. Ja. Das Loch ist halt oben. Das macht das Ganze kniffliger. Oh, damn. Falls ihr euch fragt, mit welchem Auto ich heute spiele, das ist der Ripper. Da hab ich sogar schon relativ lange... Oh, 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 oh. Oh, Alter, Deadshot. Oh, Deadshot. Guckt ihr das doch an, Mann. Einfach so random. Ich hab voll Rücksier bekommen, deswegen hab ich gleich halt ein Eigentor gemacht. Nice. Und rein, das Ding. Ah, scheiß Position, von wo ich starte hier. Boah. Ouss. Ah, jetzt ist mir überlassen können. Volley-Treffer. Oh, mit dem Feldpass kommt, Daniel. Der geht rein, der geht rein, der geht aus. Nein, ich springt daneben. Ah, an den Pfosten gespielt. Scheiße. Nice. Fuck, ich bin auf dem Ding so ungeblieben. Und wandert. Ah, komm. Yes. Nein, was mach ich denn? Nein, was? Scheiße. Oh, oh. Ah, nice. Scheiße. Boah. Was rein, ey? Ja. Schön, 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 schön. Nein, ja, doch. Oh, ja, ja, ja. Nein. Boah, wie knapp. Oh, Gott. Das wäre ein schönes Eintritt gegeben. Rückgelegt. Ah. Einfach mal Viper ein bisschen wegschauen. Ah. Wegverweigen, ich hab's nicht mehr. Komm. Nein, ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Nein, ich hab's nicht mehr. Gib mir das Tor. Ja. Ah. Ah. Ein... Tor... Nein... Ja... Das sieht gut aus... Nein... Ey... Komm... Lächerlich... Absolut... Haha... Boah... Wenn der jetzt reingekommen wäre... Die hätt's so verkaufen können... Scheiße... Remo, wo jetzt spielst du? Ach schon... Nein... Gehst du denn? Ah... Oh... 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 Yes... Oh... Tami... Verglückt ey... Oh Scheiße... Ja... Mega Glück... Nein... Spiel vorbei... Yes... Äh... Entschuldigung... Ja... Haha... Boah... Das kann doch nicht sein... Alter... Boah... Alter... Nein... Ach komm... Komm... Waaah... Ich bin da... Waaah... Alles klar... Alles klar... Jetzt... Leute... Kann man mal machen... Kann man mal machen... Oh... Wie schön... Guck mal sagen... Das ist die Dezent Scheiße... Ein bisschen... Und so... Normalerweise bin ich der Schlechtste in diesem Modus... Aber irgendwie... Ich will es weiter... Komm... Ah Scheiße... Nicht dein Ernst... Nicht dein... Hahaha... Okay... Ja... Ich würde mal sagen... Dezent in Arsch gefickt... Get dragged... Boom... Und ins Tor rein... In den Korb rein... In den Korb rein gehen... Sorry... Pff... Wow... Wir wollen gehen... Die Gegenseite... Nein... Ich bleib hängen... Ja... Wunderter Boost... Alle Wotten... Na... Komm... Oh... Yes... Vicky's weg... Wir dürfen jetzt kein Gegentreffer machen... Nein... Oh... Hahaha... Zumindest das Ding gegessen... Komm... Ja... Na... GG... Nice... Wunderschön... Rasiert... Oh... neue Räder freigeschalten... Kommt das Verfahren... Legen wir die jetzt mal an... Und ich würde sagen... Wir machen... Ähm... Wir machen... Bereit... Machen ein Rematch... Und diesmal mit anderen Teams... Auch nochmal Autoreinstellung... Also... Insofern natürlich... Das Auto uns... Automatisch... Äh... Die andere Teams haut... Ich bin blau... Diesmal bin ich gelb... Diesmal bin ich mit Pace... Gegen... Auch ein gutes Spiel hier... Den Daniel und den Vipa... Hey Remo... Du hast den geblockt... Ne... Der wär so safe frei... Nein... Knapp daneben... Ist bekanntlich auch vorbei... Okay... Die Felgen sind jetzt nicht so... Ober der Hammer... Was mach ich hier eigentlich... Boah... Ich komm mir echt so vor... Wie... Wie so ein richtiger Dulli... Es ist doch ne Weißer... Oh... Was mach ich... Oh... Nein... Ey... Meine Verhaftung... Die sind 8 Mal vorbei gesprungen... Hahaha... Wohl eher dieses Mal... Jetzt geht doch... Komm... Komm... Nein... Der... Come on... Come on... Danke schön... Ja... Schön, Mann... Oh... Schein... Ich wollte den noch da... In der Wand abtrauen... Primo... Mah... Ohne Berührung... Eiskalt... Eingelocht... Ooah Scheiße... Das ist voll dumm... Chill-paste... Ah, Mann... Na... Erste! Wir gucken wie wirklich... Zeit nicht... Ja komm, easy, oder? Das stimmt nicht! Das stimmt nicht! Ach, Steiner! Was? Du machst hier auch noch Schleichwerbung? Schleichwerbung! Schleichwerbung! Following! Er kriegt er für eine Abfindung von 10.000 Euro. Passt schon. Ja. Leicht abgerufen. Sorry, Viper. Wir sind ja jetzt Feind. Ja, gut stimmt. Kreise. Okay. Was ich auch immer mache, ist sehr kreativ. Mann! Siehst du Kreise? Ja. Kreis im Kornfeld! Ein Kreis im Kornfeld! Joby! Oh mein Gott! Jetzt der Angriff, jetzt der Angriff von... Remo! ...von einem Idioten. Wo will ich hin? Oh, fuck! Fuck! Nein! Nein! Was mache ich? Ja! Ja, nein! Mann! Das wäre jetzt so richtig dämlich gewesen, ey. Das wäre jetzt so richtig... ...Faceball... ...Tor. Ja. Nein! Nein! Inge habe ich heute nicht so mit Treffen des Walls. Auch mich mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich war die ganze Zeit nur internen Treffen nicht einmal. Nein! An den Korb! Ach, scheiße! Let's kill! Ja! Oh nein! Pace, warum wirst du da stehen? Ja! Weil ich... ...Oh. Boah, Pace, ich komm' nie da! Danke. Das kann doch nicht wahr! Oh Mann! Das kann doch nicht wahr, Stein, alles klar! Ah! Oh, komm! Weg da! Ich hab kein Boost! Scheiße! Komm! Komm! Nein! Oh, schade! Oh! Schön, 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 schön! Nein! Wunderschön! Ach, Mann! Und rein das Ding, wunderschön! Pfff! Einfach mal ein bisschen rumfliegen! Juck ihn nicht! Nein! Nein! Schon wieder voll angebringend. Ich bin schon alt! Das ist klar, nee! Oh! Alter! Oh! Oh, come on! Glück, ey! Nein, 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 nein! Ja! Ja! Was? Was für ein Korbmann? Das war jetzt mega! Guck dir das an! Cool hat er da rüber! Richtig nice! Es ist so beschämend! Nein! Ich hab sogar Topol geflogen! Ey, schat! Saft den Schild! Scheisse! Kannst du vergessen, Demo! hehehe! Nicht nochmal, ey! Oh Gott! Yeah! Nein! Ach, komm mal! Oh Mann! Was soll der denn gehen von mir? Mann! Nein! 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 Ja! Oh Mann! Oh Mann! Alles geil! Jetzt musst du doch wahllos Leute destroyen! Ja, Pace wird aggressiv Pace wird aggressiv Weil ich ja nicht schon wieder zu 0 verliere Ah, ist doch nicht schlimm Ah, Remo! Oh, schade Oh! Ah, schade Nein! 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 Jetzt komm! Ja! Ja! Das kann doch nicht angehen! Was ist hier los? Das ist echt so, wir haben so Pech Was ist das? Ja, wunder-nice Mann Wunder-nice! Wunder-nice Mann! Oh, Metallic Ja, Mann ey! Was? Ja, zweimal habe ich jetzt zu 0 gewonnen Also, ich will ja nichts sagen Aber ich bin zufrieden, ne? Alle guten Dinge sind quasi zu sagen Also, ich würde sagen, wir würden nochmal machen Jetzt mache ich mit Viper Wir machen Team Blau Okay Blau Ja Wenn wir jetzt wieder verlieren, liegt es an mir Oder? Das liegt an Remo dieses Mal Weiße! Das kann doch nicht angehen Ja! Oh Mann! Du bist so gesteiert, ey! Das liegt an mir, dass du die ganze Zeit verlierst Das liegt an mir, dass wir gewinnen Oder so Einfach beide fliegen vorbei Ja, easy Ja, das Zielwasser ist heute nicht am Start gewesen Ah! Nein! Geh doch da rein, ey! Digga Kack-Boom-Ball, ey! Kack-Boom-Ball Woher spiel ich denn Scheiß denn? Weg Viper Geh, weg Nee, du gehst weg Nein! Digga in die Richtung! Was machst du denn da, Daniel? Ah, ich bin ein bisschen verbeilt Scheiße! Yes Nice, 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 nice Ich war einfach vorbei Ah! Alter, was war das für ein Schuss? Der ist noch an mir zum Glück abgeprallt, ey! Come on! Nein! Ah, schade! Yes Das war einfach Ja! 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 Oha! 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 Das war jetzt mal mega knapp ZUF F**k, Alter. AAH! Mist! Sorry, okay. Alles klar, wenn der reingeht, dann hätte ich den Xbox abgebaut. Hahaha! Wegen einem zu einen Rocket League! Ich brauche meinen Xbox ab. Nein! Nix da, Remo. Ach, kann nicht angehen hier. Ach, schade. Wo soll'n der hin? Nach Team Buktu? Man scheint. Buktu? Ne, ne, nach... NEIN! Oh, Mann! Jaaa! Sehr schön! Also, diesen Mann keine zu null Klatsche. Guckt ihr das an, wie er ihn da reinschneidet. Na, kommt er von oben geflogen. Wie ist ich gehört? Wollt ihr mit Turkish Airlines fliegen? Alle fliegen fliegen! Ach, die Schneidung ist schon wieder völlig für'n Arsch. Schönen, dass man während der Aufnahme immer die Tür auflässt bei mir. Finde ich mega geil. Feierst du, ist brutal, ne? Dann können deine Eltern auch wenigstens was davon mitkriegen. Ja, ist klar. Wolltest du auch, wenn ich dann nochmal die Tür abschließe? Abschließe? Ja, ich mach sie ja zu, aber sie werden halt immer wieder aufgemacht, so unnötig. Was? Nein, nein! Oh, nein! Oh, what a save! Was habt ihr für'n Glück, ey? Ganz ehrlich! Riesenglück. Hab heut'n Glückspilz gegessen. Wieso geht's auch nicht rein? Pfff! Riem und ich verpassen erstmal. Pfff! Schieß mich nicht in die Kamera! Ah, schade! Sorry! Schieß mich nicht in die Kamera! Er hätte jetzt ne Dreidrehe... Was ist die denn hier? Drei... was? Ein 3D-Fernseher, ja! Das ist 3D-Fernseher! Ja, ist klar. Gut, danke. Gerne. Nein! Wer zu viert auf einen Ball gegen... Ist scheiße. Ja. Oh, come on! So, jetzt hat jemand ein bisschen ausgenutzt, dass er weggeht. Ja. Ja! Nein! Es geht dem viel tief in Verlängerung. Nein! Nein! Ja! Nicht dein Ernst! Boah, schön bist du. Na Remob, was ist los? Ich wollte eigentlich die Punkteanzahl angucken und in den Chat gehen. Ja, mal hin hast du mein Vater jetzt. Boah, immerhin eine erste Berührung. Weg da, Remo. Komm, reich ihn! Jetzt habe ich mich selber angekorbt. Angekorbt? Alles klar. Eingekorbt. Oh, Wiper! Wiper! Schick dich doch mal, was ist das? Wipers erster Korb. Sonst den kriegt er nicht. Nein! Oh, sorry, Pace! Ey, ich fahr ja auch an allem vorbei, ist so lächerlich. Ah, der kriegt ruhig der Tag hoch! Der war besser! Oh, Wiper, go! Guck mal, wie gut ich bin, Alter! Unglaublich! Guck mal! Well, guck mal! Guck mal! Danke schön! Das hast du nicht getrat, oder? Hat er nicht. Nein! 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 Hey, das kann nicht angehen hier! Scheiße, wir fliegen nicht. Ja. Egal. Jedes Mal haben wir verloren, ich glaube, das ist ein Zeichen. Jetzt habe ich eine Raketenspur mit Blümchen gewonnen. Die habe ich auch. Instant mal anlegen. Die habe ich auch. Die habe ich sogar angelegt, glaube ich. Auf jeden Fall war interessant, jetzt mal den Basketballmodus zu spielen. Vielleicht spielen wir das nächste Mal gegen irgendwelche Randoms, die vielleicht besser sind als wir. Ja, das hoffe ich nicht. Ja, da würde ich sagen, war es das hier heute. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, auch für das fleißige Mitspiel im Viper. Irgendwie wird das noch kommen. Oh, scheiße, jetzt habe ich das Replay gestartet, anstatt einfach nur zu replayen. Auf jeden Fall, das soll es von heute gewesen sein. Wenn ihr mehr vom Basketballmodus sehen wollt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heiß ist. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.